Guten Abend zusammen. Ich denke, wir haben heute ein gutes Eisegespiel gesehen von beiden Seiten. Wir haben sehr, sehr gut begonnen. Wir waren schnell, wir waren aggressiv im Vorcheck, wir waren immer überall von den Düsseldorfern, haben dann auch das erste Tor gemacht, haben dann so ein bisschen Fuß vom Gas genommen und haben dadurch Düsseldorf ein bisschen ins Spiel gelassen, sind dann aber relativ gut wieder zurückgekommen, sind kompakt geblieben, haben dann gerade bei den Special Teams wirklich einen ausgezeichneten Job heute gemacht. Unterzahl war sehr, sehr gut und dann haben im richtigen Moment auch noch das Powerplay-Tor geschossen und ich denke, das war wirklich eine sehr, sehr gute, solide Leistung gebracht. Dankeschön. Stevi, hier ist Beklund, bitte. Ja, ich dachte, es war ein gutes Spiel. Ich dachte, 5-on-5 am Anfang, sie kamen hart und wir waren ein bisschen nervös, aber wir haben unsere Hände unter uns und haben ein 1-1 nach dem ersten. Und dann, um, sie haben die Lied und wir hatten die zwei Powerplays in der zweiten. Und sie haben ein guter Job auf die Kille und ich denke, es ist ein kleiner Margin, wenn man manchmal gewinnen und verliert. Die Special Teams waren die Unterschiede und sie haben einen Powerplay in der dritten, um es 3-1 zu machen. Und das spricht für sich selbst, ich denke. Ich dachte, das war ein 5-on-5-Games, und sie haben die Special Teams gewonnen. Vielen Dank. Gibt es Fragen aus der Runde? Herr Schwickerrad. Steven, ich glaube, das Team hatte 30 Schuss oder was, aber es hatte nicht viele Schuss von der Schlot. Was war die Unterschiede oder was war so schwierig? Ich dachte, sie war gut defensively, den 9 in der Mitte. Aber ich dachte, wir hatten eine gute Chance. Wir hatten ein paar Breaka-Way, ein sehr starker Schuss. Ja, ich meine, sie sind nicht einfach ein Team zu bekommen. Und ich dachte, wir haben einen sehr guter Schuss, und wir müssen sie auf die Schuss, weil sie sind schwer zu bekommen. Und dann, auf der PP, ich denke, wir müssen sie in der Lage sein. Ihr Team hat nur 3-1. Wie lange sind Sie auf die Breaka-Way? Ja, ich denke, es war schwer mit unseren Hälften. Obviamente, wir haben 3-1 in den ganzen Spielen. Es war auf die Schuss, aber ich dachte, sie war hart. Und wir haben noch eine weitere Spiel, auf dem Sundern, bevor wir die Freude haben. Und dann, wir haben die Leute wieder nachher. Und dann, wir haben die Leute wieder nachher. Die Top-team in der Liga, die Champions. Und wir haben 9 in den Runden in der Runde. Wir waren bereit für die Battle. Und ich dachte, dass die D-Zone coverage war.